Bei mir ist jetzt ein Mann, der hat vor kurzem 200 Millionen Dollar verloren. Er war mal Milliardär, hat mit 17 die erste Million gemacht, ist Immobilientycoon und war an der Wall Street auch ganz oben. Thomas Kramer, herzlichen Dank fürs Kommen. Ich würde gerne mit Ihnen nicht über Erfolg reden, wie es meistens in Ihrem Leben der Fall war. Ich würde gerne mit Ihnen über das Scheitern reden. Wie viel Geld hatten Sie denn, als Sie am Peak waren? Das weiß ich nicht. Ich bin ja nicht ein Buchhalter. Jedenfalls, man kann ja nur scheitern, wenn man vorher Erfolg hatte. Wenn man keine Höhen erlebt, kann man ja die Tiefen nicht durchleben. Und wenn man die Tiefen nicht durchlebt und die Scheiterprozesse verkraftet, überlebt, dann kann man sich auch am Erfolg nicht erfreuen. Also das eine hängt mit dem anderen ganz eng zusammen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch das eine fast so schön wie das andere, weil man dadurch die Perspektiven, die Realitäten und die Perspektiven des Lebens nicht aus dem Auge verliert. Beschreiben Sie mal, wo Sie waren, wo Sie ganz oben waren. Sie haben in Miami mehrere Hochhäuser gebaut. Sie haben eine eigene Insel gebaut, auf der Sie auch ein großes Anwesen haben mit 9000 Quadratmeter, habe ich gelesen. Und Sie haben 150.000 Dollar im Monat ausgegeben. Wie lebt man da? Was macht man mit so viel Geld jeden Tag? In der Nutscherl. Als ich zu der Zeit, wo ich ganz oben war, war ich eigentlich am unglücklichsten. Da habe ich wahnsinnig an Gewicht zugenommen, weil ich einen schlechten Lebenswandel geführt habe. Ich wusste, dass das irgendwie wie eine große Luftblase platzen würde. Ich habe mich deswegen gehen lassen, habe zu viel getrunken, habe zu viel Party gemacht und hatte eigentlich mit meinem Leben abgeschlossen. Wieso wussten Sie, dass das platzen würde? Bitte, weil das halt so ist. Das ist, wenn du so ein großes Rad drehst und immer alles auf eine Karte setzt. Das ist ja schon vorher passiert. Es ist ja nicht das erste Mal. Ich war dreimal in meinem Leben pleite, wie Sie sagen würden. Eins, zweimal sogar mehrere hundert Millionen unter Wasser. Das heißt, pleiter wie pleite. Sehr viel pleiter wie pleite. Das ist also sehr viel pleiter wie pleite. Da habe ich es meiner Tochter gesagt. Guck mal, Kind, der Arbeit, wie heißt das, der Homeless, der Obdachlose in Deutschland, der da drüben ist 200 Millionen reicher wie ich. Und da sagte sie, Papi, wieso denn? Der hat jedenfalls nicht 200 Millionen Miese. Das heißt, Sie haben sehenden Auges Geschäfte gemacht, von denen Sie wussten, irgendwann wird es auffliegen, irgendwann wird es schiefgehen. Ja, wissen Sie, dann können Sie jedem Banker sagen, also du bist Banker und jetzt ist deine Bank pleite gegangen, jetzt brauchst du hunderte von Milliarden von den Staaten, die ja heute noch das Geld rücken, weil ja im Prinzip alle pleite sind. Was heißt denn ich? Ich für mich persönlich habe doch nur das im Mikro erlebt, was die Gesellschaften heute im Großen erleben. Nur ich wurde halt nicht von dem Bundeskanzler oder dem Finanzminister Bailt-Out gemacht. Wenn bei mir was schief geht, dann muss ich halt persönlich die Konsequenzen tragen und mein Haus verkaufen, meinen Lebensstandard runterschrauben. Während wenn du Banker bist, dann kriegst du eine 50 Millionen Abfinde und der nächste Drummann macht noch eine größere Milliardenpleite. Also das sind doch die Realitäten im 21. Jahrhundert. Wir leben in der größten Blase der Welt, wo die einzige Lösung der Crash sein wird. Und jeder kommt dann hin und sagt, guck mal, der hat da 200 Millionen zerlegt. Aber Herr Kramer, Sie tun jetzt so, als wäre das ein Naturgesetz. Sie waren ja an der Wall Street ganz oben. Sie haben Immobilienblasen schon fast geschaffen mit dem, was Sie in Miami gemacht haben. Das heißt, Sie sind ja einer von denen, die gar nicht so viele sind, die diesen Crash gemacht haben. Nein, aber ich bin der Einzige, der persönlich zur Verantwortung gezogen wird. Wie Sie schon gesagt haben, wurde das von meinem Vermögen abgezogen und nicht halt vom Allgemeingut vom Staat refinanziert. Ich konnte leider nicht hingehen und sagen, lieber Bürgermeister von Miami, ich habe mich da vertan, ich schulde 200, 300 Millionen, kannst du mir bitte mal eine halbe Milliarde geben? Und das ist es, was die Banker in unserem Land, in ihrem Land, in der ganzen Welt machen. Die machen die größten Pleiten. Da geht es bei so vielen Nullen, dass man sie halt nicht fallen lassen kann. Ich war halt noch so klein, dass man mich hat wegrutschen lassen. Das ist das Einzige. Ich habe halt keine Abfinde bekommen von dem Staat oder den Unternehmen, sondern habe die Schelte von der Bild-Zeitung bekommen. Das heißt aber, Sie sind von der Meinung? Aber das macht nichts, denn wir wollen ja von den Niederlagen reden. Nein, mich interessiert das schon. Das heißt, Sie finden, dass Banken auch scheitern sollten. Die sollten wir nicht retten. Wieso, die Banken sind ja alle gescheitert. Ja, aber die sind ja gerettet worden. Hören Sie mal, die arbeiten mit 1% Eigenkapital, manche mit 2%. Wenn ich mit 2% Eigenkapital gehandelt oder hätte jemals arbeiten können, wäre ich ja heute der allergrößte Immobilienspekulant. Das ist ja das Fatale. Wenn du groß genug bist, dass du nicht mehr scheitern kannst, dann helfen dir die Staaten. Die Kleinen wie ich werden von der Bild-Zeitung als Bankrotteure beschimpft, als Losers, als die Bösen und die Schlimmen. Während die wirklichen Verbrecher, die da oben sitzen, von den Staaten finanziert, da gehalten, hingehalten werden. Und die Bundesbanken und Notenbanken pressen Hunderte von Milliarden. Und es geht weiter. Und es geht ja nicht nur, dass die einzelnen Banker die großen Verlierer sind. Das sind ja auch die Staaten. Gehen Sie mal nach Griechenland. Gehen Sie mal nach Italien. Du, da gibt es mehr große Autos, mehr große Schiffe. Die sind alle reicher als einzelne Immobilien, wie der Staat. Nur die zahlen keine Steuern und lachen uns aus, während die deutschen Steuerzahler und die österreichischen Steuerzahler für die unten die Bailouts machen. Gutes Stichwort. Sie haben jetzt Steuern gezahlt sehr, sehr spät, nach Jahrzehnten erst, aber doch 200 Mio. Dollar. Für Ihr erstes Kapital, also Sie mussten jetzt Steuern nachzahlen. Das waren 200 Mio. Das stimmt nicht. Ich musste keine Steuern nachzahlen. Ich habe einen Zivilprozess verloren, wo ich um mehrere hundert Mio. erleichtert wurde. Zivilprozess, hat nichts mit Steuern zu tun. Gar nichts. Haben Sie sich falsch informiert. Und ja gut, das ist halt jetzt passiert. Und jetzt gucken wir halt auf den nächsten großen Berg, der auf mich zukommt. Und da freue ich mich. Und das wird ein noch größerer Erfolg. Und ich werde dann wahrscheinlich genauso... Sie wirken fast so ein bisschen befreit. Ja, ist es ja. Von Ihren hundert Millionen. Ich kann rumfahren, meine Freunde besuchen. Ich kann sie besuchen. Ich muss mir nicht nach um den nächsten Termin scheren. Und ich habe keine Verantwortung dem Finanzamt gegenüber. Das habe ich nämlich nicht mehr. Wobei Sie schon, also jetzt im Vergleich zur durchschnittlichen Familie auf sehr hohem Niveau pleite sind. Ich habe gelesen, Sie mussten Ihren Lebensstandard herunterschrauben von 150.000 Dollar im Monat auf 50.000. Stimmt das noch? Ja, glauben Sie denn alles, was in diesen Mist-Boulevard-Zeitungen steht? Ja, weil es kommt mir sehr viel vor. Ich meine, so naiv sind Sie wirklich nicht. Sie machen ja einen intelligenten Eindruck. Wie viel haben Sie denn im Monat jetzt noch? Das spielt doch keine Rolle. Ich habe genug. Ich komme bestimmt nicht und brage Sie ums Geld. Und ich werde mit Sicherheit auch wieder auf die Beine kommen. Und ich habe jetzt schon einige Deals an der Hand, die wahrscheinlich viele mit den Ohren schlackern lassen werden. Und da freue ich mich drauf. Und bis dahin koche ich für meine Freunde und bin stolz und happy, dass ich mir meinen Körper und meinen Geist ertüchtige und in die nächste Schlacht fitter gehe wie je in meinem Leben. Ich war noch nie in so guter Shape wie jetzt. Und das ist doch das Wichtigste. Jetzt machen Sie das auf sehr hohem Niveau, das alles. Aber es ist etwas, was viele Menschen im Leben trifft natürlich. Also alle sind irgendwann mal mit einer Niederlage konfrontiert, stehen irgendwie am Abgrund aus der persönlichen Sicht. Wie haben Sie es denn geschafft, so down zu seisen? Also mit so viel weniger auszukommen? Ich kann auch genauso leben im Campingzelt. Das ist doch plötzlich. Man kann sich doch nicht von materiellen Sachen abhängig machen. Ich sage ja gerade, als es mir gut ging, hatte ich 27 Kilo mehr wie jetzt. Also ich bin froh, wenn ich ein bisschen weniger essen kann. Das bekommt mir doch Sinne. Und wenn ich in der Bild-Zeitung lese, ich musste meinen Rolls-Royce eintauschen gegen ein Fahrrad. Da kann ich nur sagen, Fahrradfahren ist viel gesünder als Kinder. Da ist doch überhaupt nichts dabei. Man darf das nicht persönlich nehmen. Man muss nicht vor dem Spiegel stehen. Oh, ich arme, ich habe es abbekommen. Das ist doch alles kackegal. Entschuldigung. Es ist doch wurstegal. Man kann doch sich von materiellen Zielen oder auch von materiellen Errungenschaften nicht sein Leben abhängig machen. Aber Herr Kramer... Man muss doch für sich selbst, man muss gesund bleiben, man muss sich gesund ernähren, man muss seinen Geist und seine Familie um sich beschützt erhalten. Aber wenn Sie das ernst meinen, wieso sind Sie dann jetzt so programmiert darauf, den nächsten großen Deal zu machen? Warum sind Sie nach jeder Leite aufgestanden? Ich bin überhaupt nicht programmiert darauf. Sie haben es gerade vorher gesagt. Sie haben gesagt, Sie haben so ein paar Dies schon... Nein, 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 die kamen zu mir. Ich habe gar nichts... Sie können gar nicht anders. Ich kann gar nicht anders. Ich werde ja fast dazu gezwungen. Sie haben recht, wegen meiner Erfahrung. Ich meine, wenn du 40 Jahre lang solche Sachen bewegt und gemacht hast, die... Ich habe ja wirklich einen Slum in South Beach zu einem der erfolgreichsten Städte in Amerika verwandelt. Das war ein großer Artikel in der New York Times. Das haben Sie bestimmt nicht gelesen, weil die Bild-Zeitung hat ja... Habe ich auch gelesen. Haben Sie gelesen, gut. Ich habe es in Ihr Buch hineingeschrieben. Das ist der Einzige, der Einzige war, der in den letzten 100 Jahren in Amerika innerhalb einer Generation eine Stadt so um 180 Grad herumgedreht hat. Und glauben Sie es mir, das lesen auch andere rund um die Welt und kommen dann auf mich zu, um von diesen Erfahrungswerten zu nähern. Haben Sie einen Rat für jemanden in Ihrem Alter, also sagen wir Mitte 50, der seinen Job verliert und eben nicht so ein Takun war wie Sie? Was sollen die machen? Also sich komplett umorientieren. Man braucht ja so wenig, um wirklich glücklich zu sein. Es ist ja das Tolle, dass wenn man diese Erfahrung sammelt, ich meine vom Lebensstandard, den ich hatte, wie Sie schon beschrieben haben, geht ja kaum besser. Nur mit dem vielen umzugehen, hat ja mich fast in den Abgrund geführt. Ich fühle mich heute wesentlich besser. Mein Arzt sagt, ich bin wesentlich gesünder. Mein Bluttest ist fantastisch. Meine Leberwerte sind die von einem 18-Jährigen. Ich fühle mich geistig schärfer und einfühlsamer bei allen möglichen Diskussionen und Auseinandersetzungen, wie ich je in meinem Leben war. Und das passiert ja für jeden. Man scheitert das Glück. Man möchte niemandem Millionen wünschen. Ich bedanke mich sehr dafür, dass Sie hier waren. Thomas Kramer, herzlichen Dank. Danke.